ich fühle mich wieder geboren ich habe gerade vor elf monaten einen unfall gehabt und bin dem tod noch einmal von der schippe gesprungen das heißt ich bin jetzt wieder geboren ich habe jetzt wirklich die möglichkeit das leben noch einmal neu zu betrachten und mich jetzt dem wesen des leben und des lebendig seins wieder zu nähern also wirklich in seiner gesamtheit und seine tiefe auszuloten und das möchte ich auch und das will ich auch dafür kämpfe ich auch und deswegen habe ich auch versucht mich jetzt in den elften monaten wieder so dem leben zuzuwenden dass ich mich wie neu geboren allerdings mit einschränkungen wie sie sehen mit meinen oberen und unteren extremitäten funktioniert das nicht mehr so wie vorher aber ich kann sehen empfinden sprechen ich kann lernen ich kann dinge schätzen und deswegen fühle ich auch mich jetzt in einer neuen situation nämlich in der situation wirklich sagen zu können ich bin wiedergeboren also noch einmal eine zweite möglichkeit zu haben dieses leben zu betrachten mein name ist christian fischer ich bin schauspieler seit über 40 jahren